ja herzlich willkommen ihr modern consumer zu einem neuen part battlefield 4 auf dem pc ich habe im letzten part hier genau an der stelle aufgehört bin aus diesem tollen quad ausgestiegen und steige in dieses was ist hier eigentlich im rucksack bepackten chinesischen fahrzeug mit extra hier ladung benzin alles dabei pistole gedöns alles alles dabei außer hier ein bisschen paar leute an bord egal wie der durch guckt ja mal gucken was jetzt hier in dieser runde passiert das ist jetzt ein kleinerer server und hier sind nicht ganz so viele leute ja am start aber mal gucken ob dann noch ein bisschen action vorhanden ist hier spiele ich jetzt nicht mehr hardcore ich habe auch entdeckt ja es hört sich blöd an aber ich habe entdeckt dass ich auch einstellen kann ich möchte einen normalen server und keinen hardcore finden und dann ist das auch gut so da hinten ist einer da war einer da fährt einer habe ich ihn war ich das oder ist das von allein passiert das ist ein panzer das ist tot jetzt geht ja immer wieder gut los hier ich bin erfreut black death hat mich gekillt ich weiß auch nicht warum ich die klasse genommen habe so team setup das ist doch alles wunderbar bin ich ich bin nicht squad leader ne aber ich würde gerne jetzt mit meinem squad gehen das ist halt immer das typische ne bei battlefield der eine rennt darum der andere rennt darum der rennt darum so hier müssen wir aufpassen weil die nehmen unseren punkt ein oh gott oh gott das ist nicht guuuuut oh gott wo bin ich denn da schon wieder gelandet da ist auf jeden fall ein panzer der gekillt werden möchte wir haben einsatzziel echo verbarer hehehehehehehehe son of a bitch ja sehr schön rums rummeldibummeldibumm Ich hab ihn noch hingelegt Aber er hat eh nicht ein Fahrzeug getroffen Aber es hat alles nichts gebracht Das hätte ich wieder intelligenter machen können Es war schon wieder Black Death, ist ja klar Black Death Ist ja wenigstens gut Naja So, dann werde ich mal wieder da spawnen Rabimmel, Rabammel, Rabum Was ist denn hier los Ich muss hier runter Ich sprenge Was ist cool, was ist geil Wo ist der Ist der hier irgendwo Ne, wir nehmen aber jetzt die Flagge ein Was ja schon mal wichtig ist Aber wo ist Black Death, das ist die große Frage Aber ich find's cool, es ist Action Auch wenn hier nicht viele auf dem Server sind Es sind ja nicht so viele So Wer schießt hier und warum schießt er hier Okay, ich geh mal weiter Ist der Punkt unserer Ja, ich geh mal davon aus Ist hier irgendwo noch ein Fahrzeug Ja, ich geh mal davon aus Ja Das war ein kleiner Basejump Also ich find das ist ja schon ein Highlight in so einem Video Machst du einen Basejump Ja, die Scharfschützen sind gerne auf diesem Hügel hier hinten Ich liebe dieses Spiel Ich liebe dieses Leap Ich liebe dieses Spiel So, wo sind wir denn jetzt hier Oh, da hinten rennt doch einer runter Da hinten auf den Bergen sind sie immer gerne, aber jetzt nehmen wir erst mal den Punkt ein, da unten, warum kriech ich, obwohl ich nicht kriechen will, ich bin ein Deutscher und kein Grieche Ja, schön wie ich mich jetzt verraten habe, offen, ne? WTF ey Hier ist irgendwer Ich hätte jetzt gesagt, hier ist irgendwer hinter mir oder so, weiß es aber nicht So, wo sind denn Punkte, der Punkt E ist fast weg Ich könnte jetzt sagen, ich halte den Punkt hier, da oben, da campen sie immer Das ist so, da oben wird gegrillt, Barbecue gemacht, ne? Siehste? Von wo war das jetzt? Ich sehe ja noch nicht mal auf der Map hier irgendwas Von wo kommt die Scheiße? Lass mich, lass mich mitfahren, lass mich mitfahren, ja Ich will mit Ist hier noch mein Fahrzeug Dann werde ich doch mal spaßenszeit auf diesen Hügelhof fahren Mal gucken, was da los ist, ist denn da was zu holen So, jetzt geht es hier lang Wupp Außer Aus dem Gebiet raus, ne? Aber da hinten oben auf den Berg will ich fahren Komm zurück! Ja, 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 alles wird gut Das Blöde ist halt, dass sie mich hier schon über Jahre hören Dass ich komme So, und falls sie hier oben sind Weiß ich natürlich nicht wo Ich muss mich da jetzt auf mein Gehör verlassen Da hinten ist ein Panzer Ist hier einer? Wir sind hier gar nicht Hier ist kein Sniper Hier ist... hier hockt keiner Ich höre keinen Es muss aber leid ist es ein Dahin wollen Einen soll wieder sein Panzer Einfach mal schießen Äh, ne, das ist zu weit Bis die Kanone ankommt Ist der Trupp schon wieder gelutscht Aber der kommt jetzt hier unten lang Der wird es jetzt nämlich wissen Wenn er sich jetzt nicht... Oh, was? Scharfschütze? Wo? Er scheint aber sehr viel weiter westlich zu sein Ich muss jetzt zu diesem Turm hier hoch Was auch immer das für ein bespannend ist So, hier steht doch irgendwas Da ist der Panzer Da ist der Panzer Einer der Panzer Da ist ein Scharfschütz hier oben drauf wahrscheinlich Ich muss nicht Ich muss nicht bücken, aber ich... Bücken vor allen Dingen Hä? Von da hinten? Wie, 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 wie? Ich weiß es nicht Ich weiß nicht warum und wie der mich gekillt hat Guck mal, ich könnte mir hier diesen Jet holen Soll ich mal probieren? Ich kann so gut Jet fliegen Ja, wenn man keine Ahnung hat Einfach mal Fresser halten Ja Und das gibt eine Bruchlandung, hä? Oh, raus! 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 Im Kampf gefallen! Ja, ja, im Sturz gefallen Im Pflug Was er nicht konnte gefallen Hm So, was haben wir denn noch Schönes hier auf dem Flachtfeld? Ähm, dumm, dumm, dumm Nee Nee, hier ist einer Nee, ist auch nicht im Panzer Da ist einer im Panzer Da kann ich einsteigen Schön mithelfen Da oben war noch einer Irgendwo war doch hier noch einer Der hat doch da gerade... Mann, wo fährt der denn lang? Ja Der ist immer noch hinter uns Ja, den hab ich mir geholt Und jetzt haben wir ihn hier repariert Ist da einer drin? So Schön, wie er nicht repariert Er will, du haust jetzt ab So, weiter geht's Das ist doch Teamwork So mag ich das bei Battlefield Halt doch mal still, Junge! Wie soll ich denn? Ich bin aber auch zu schön So, jetzt bleibt er da schön stehen Und dann kommen die da gleich aus ihren Löchern raus und schießen uns ab So, einfach mal überfahren Aber nicht vergessen, da ist noch ein anderer Panzer, mein Freund Der trifft halt auch noch über die Entfernung Bleib doch hier hinten stehen, Junge! Oh, komm doch her, ey! Es ist manchmal nicht verständlich, was die Leute machen Schallum, schallum Schallum, schallum Dann geh ich einfach mal durch den Hintereingang Da oben ist er Da oben ist der andere Kann ich von hier nicht schießen Macht keinen Sinn auf die Entfernung Bumm! Da kommen sie runter Da kommen sie an Es macht schon Spaß, das Spiel Ich hoffe ihr habt's auch und habt auch Spaß damit So, jetzt werde ich mal den hier unterstützen Ist halt auch immer gut, wenn man gute Hubschrauberpiloten hat, die von oben den Leuten Stress machen Fahr doch da runter, ey! Da unten wird doch grad der Punkt eingebaut Ja, die sind so in der Wallachai Ja So, wenigstens mal hier die Ziele markieren Den da hinten mal, einfach mal nerven Ob der das merkt, dass ich den anschieße? Ja! Er hat's gemerkt So Ja, ist toll, dass wir jetzt hier hinten stehen Das sind ja, das sind mir die liebsten Panzerfahrer, weißt du Vor allen Dingen, wir sind vom Arbeitsamt, habt ihr das schon gesehen? Ach Leute, was willst du denn jetzt hier hinten? Komm hier Go, go, go Greift jetzt das Einsatzziel an So hilft man natürlich dem Team Unglaublich ungemein Indem man möglichst weit weg von der Front steht So hilft man Ja Und dann kommt man natürlich an, wenn schon alles erledigt ist Was? Südlich deiner aktuellen Position ist die feustliche Panzer Wir haben gerade Einsatzziel Echo verloren Hat der Ding jetzt immer noch nicht? Schieß doch mal! Du, Mann, ey, ey, ey Ich mein, da brauchst du doch nur daneben schießen mit dem Kaliber, ey, dann ist der doch auch weg Oh, Miete Heli? 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 Da! So, jetzt hab ich grad mal gar keinen Überblick Ich muss halt hier immer noch gucken Dass die da hinten nicht irgendwo sind Ja, wo willst du denn jetzt hinfahren? Ach so Ich würd ihn ja gern reparieren, aber er peilt es halt nicht Mal anzuhalten Wo müssen wir jetzt hin? Habt ihr ihn gesehen? Der ist genau hier hinter der Wand, weißt du? Dieser Panzerfahrer! Dieser Panzerfahrer ist so feige Da fällt mir nichts mehr zu ein So, jetzt ist irgendwer anders da drin Der war doch auch noch stark So, da oben scheint niemand zu sein Da scheint ein feindlicher Panzer zu sein Da scheint ein feindlicher Panzer zu sein So soll ich das Video nennen Ein feindlicher Panzer So, da kommt doch einer Ja Da liegt ne Mine Wahrscheinlich Von da oben kommen dann die Sniper irgendwann Ich... Brauch abholen Ob ich hier irgendwann einen bekomme, der mich abholt Ist auch mal sehr gut Über die... Wo kam das denn? Über das freie Feld zu rennen als Soldat Kann ich euch nur abraten von Dann braucht immer Deckung in der Nähe So, jetzt wollen wir mal gucken Wo dieser Soldat sich rumtreibt Ich renne jetzt hier einfach rüber Wie gesagt, übers freie Feld und so Ich sag mal was und mach dann genau das Falsche So, aber hier drunter ist ein Panzer Oh ne, jetzt steht da auch noch einer Oder was? Äh, lauf aus Mann Einfach 30 Leute, die auf mich schießen gefühlt Ach, Mist ey Naja, gut Und wer wahr ist... Es war mein Erzrivale Black Death Ey, den muss ich auch nochmal erledigen So, mal gucken, was ich hier so einen Hutfrauber reißen kann Mal gucken, ob sich jemand einsteigt So, willkommen an Bord Bitte klappen Sie die Tische in eine aufrechte Position Wir fliegen jetzt los Das Problem ist halt, jetzt brauchen wir einen an der Pistole Der dann auch mal schießt So, ansonsten Oh, hier nimmt einer ein Oh, hier ist er auch, ja Na Das war ein eleganter Dreher Und dann eine elegante... Oh, der ist aber haarscharf Das hier mit dem Platz Ich wollte noch aussteigen, Mann Von wo? Ach, genau da ist dieser fucking Panzer Der auf die... Es ist immer wieder das gleiche bei mir Der Maniac So, was watscht der da hinten oben? So, jetzt hole ich mir mal einen Panzer Und jetzt zeige ich euch Wie der Modern Consumer mit einem Panzer fährt Ich kann nämlich schon mal über einen Kilometer schießen Er hat es zergetackt Das sieht nach einer Bruchlandung aus So, hm Ich habe ja hier auch noch nichts freigeschaltet Auf jeden Fall nehmen die hier schon wieder den Punkt ein Das ist ja überhaupt nicht gut Kann man eigentlich die Gebäude auch kaputt schießen? So, naja Fahr ich mal hier hoch Alter, im Map ist mir auch irgendwie... Kann man da nicht noch was machen? So, da kommt ein Panzer Da hinten ist ein Panzer Das ist wahrscheinlich immer noch der... Flugabwehrpanzer Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatz zu Alpha-Führer Anscheinend ist nördlich deiner Stellung ein feindlicher Panzerjäger Ist der hinterm Berg? So... Ah, das ist doch mittlerweile irgendwer anders hier eingetroffen Also ich... Ich denke mal, dass das hinterm Berg hier ist, ne? Was der gerade eigentlich gezeigt wird, ja So, ich habe einen hier... An Bord Was ja schon mal relativ gut ist So... Jetzt müssen wir da unten... Müssen wir aufpassen Weil die von hier hinten ja immer kommen Aber ich würde gerne den Panzer von hinten überraschen Den anderen Der hier irgendwo umwuselt Oder auch schon längst tot ist Da ist das aktuelle Einsatzziel Weil mich repariert halt auch keiner Auf mich schießen immer 20 Leute gleichzeitig Zwei Ja gut Soviel zum Thema von hinten überraschen Das war dann wohl nix So, hier hinten würde ich... Bei dem würde ich gerne spawnen Aber egal, spawne ich bei dem Bei meinem Kollegen Von wo? Von wo? Wo? Weg, da So, wir müssen den Punkt zurück einnehmen Da hinten ist immer noch einer Schnell die Flanke wechseln Ja gut, okay Hilfe! Einsatzziel Delta wurde neutralisiert Huh? Kommt da noch einer? Da ist irgendwie ein Panzer Einsatzziel Delta Ja, den habe ich schon mal getroffen Oh, die schießen ja von überall hier Egal, wir haben den Punkt jetzt erstmal Oh, das ist echt spannend Das ist echt Kriegsfeeling hier Battlefield-Feeling Jetzt müssen wir mal gucken, dass sie einen Panzer da vorne irgendwie stören können Der ist schon weg Oh, da hinten Da hinten der ist halt der nächste Und dann kommt auch noch dieser Jet an Und ich glaube, der hat es halt auch richtig drauf Der Jetpilot Das Problem ist, wir haben jetzt halt kein Fahrzeug, um hier weg zu kommen Was, von wo schießen die du? Hohohoho Von wo schießen die du? Da ist ein Helm Ich schieß einfach mit der Pistole drauf Weg da! Nein! Nein! Ich muss hier rein! Ich will überleben! Wohin, gestalt das Ding hier drinnen So, dann Da oben kommt der nächste Panzer Irgendwie hat hier einer überlebt in dem Wrack Da kommt auf jeden Fall ein Panzer an Ja, was ist doch hier noch Da unten kommt ein Panzer Dahinten kommt ein Panzer, überall kommt ein Panzer und von wo werde ich denn schon wieder überall beschossen? Also es kam mir gerade wieder vor, als er nicht von rechts und von ihm nach vorne beschossen wurde. Ja, ich brauche halt irgendwie mal ein paar Leute, mit denen ich zusammenspielen kann. Dann kann man viel besser zusammenspielen. So, mal wieder das Ding hier starten. Wichtig ist, dass man tief fliegt. Oh Gott. Der ADAC-Rettungshubschrauber, der den ganzen Fußballplatz hier trocknet. Das bin ich. So, dann werden wir mal hier hin. Guck mal, hier soll ich hin. Hier soll ich hin. Aussteigen. Sterben. Oh Gott. Wenn der mich sieht, bin ich tot. Guck mal, er kommt jetzt zurück. Er hat keine Angst. Oh Gott. Aber egal, ich mache jetzt hier ein bisschen Dreck. Oh Gott, wo ist der Panzer? Wenn er mich sieht, bin ich tot. Nee, aber wir haben es. Wir haben es. Ich bleibe jetzt hier einfach liegen. Punkt einnehmen ist immer wichtig. Vor allen Dingen haben wir jetzt Doppelpunkte hier, weil wir dieses Auftrag auch erledigt haben. Guck mal, wir haben noch nicht mal den erledigt. Und dann wechselt der jetzt hier, oder was? Bleibt doch mal kurz vor uns. So, ist hier noch ein Panzer. So, das war doch sehr wichtig gerade. Guck mal. Wie steht der denn noch? So, sind da die anderen? Das wäre natürlich nicht schön für mich. Oh, da steht ein Panzer. Da hinten steht schon ein Panzer. Fuck. Aber mit diesem Teil kann ich ja die anderen Flieger abschießen. What? Von Vulcanus. Oh, guck mal. Da schießen schon wieder so viele Leute auf mich. Ja, das war's. Und ich jetzt fest hänge hier. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Das Ding reparieren. Ich stehe wahrscheinlich in der besten Schussposition mal wieder für die. Ich würde gerne jetzt noch einen Flieger damit abschießen. So. Wir haben das doch. Woher kommt denn noch ein Flieger? Wir haben Einsatzstiel Echo erobert. Wir haben einen von uns als HZ markiert. Da ist ein feindlicher Soldat. Zündlich deiner Stellung. Na, renn. Mein Junge, renn. Wir haben Einsatzstiel Charlie verloren. Jo. So, da hinten ist noch einer. Irgendwo. Aber denen ihre Jets und Flieger trauen sich, glaube ich, gerade nicht so hierher. Was auch ein gutes Zeichen ist, dass wir wieder hier die Vormachtstellung haben. Aber hier sind doch noch welche hier in der Basis. Wir müssen da aufpassen. Wir müssen da gut aufpassen. Ja, mit dem Panzer will ich mich mit dem Teil hier nicht anlegen. Damit kann man gut gegen Infanterie noch was machen, aber... Da oben, da stehen ja überall Panzer. Wir brauchen einen Panzerknacker. Das Teil von da oben schießt. Da kann ich gar nicht mit dem Ding drauf schießen. Wir brauchen einen Panzerknacker. Wir brauchen einen Panzerknacker zu sein. Da, da. Einfach mal drauf schießen? Äh, von wo? Achso. Vor allen Dingen... So, feinliche Drohne, Elbello. Äh! Mh, wir stellen mal auf. So. Na ja, aber dann schießt der mich gleich ab. Wie ihr siehst, dass sind diese Schüsse, die da kommen. Warum benutze ich eigentlich die Kamera? Oh, was? Einfach mal draufballern. Aber, wie gesagt, gegen so einen Panzer habe ich eher das Nachsehen. Der hat halt ein ewig langes Rohr da vorne dran. Ein D-90A. Ja, da siehst du nicht lange Land. Da siehst du nicht viel Land. Das Problem ist, wir müssen halt mal über die Flanke angreifen hier. Oh, jetzt haben wir den Hubschrauber. Guck mal, ich bin da mit rein. Feinliche Drohne gesichtet. Ah, nee, die haben halt echt... Oh, ich steig lieber aus. Das Ding ist doch schon wieder runtergegangen. Oh, Mann, ey, die haben echt ein paar gute Leute da in ihren Jets. Ja, ja, muss repariert werden. Ich repariere dich, glaube ich. Ja, wir müssen hier hinten mit einem schnellen Auto da hinten Stress machen. Das ist meine Devise. Das Ding hier. Das ist nur hier rot. Kann ich da nicht einsteigen? Da auch nicht. Ich gehe hier einfach mal runter. So, tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Ja, hier ist keiner von denen. Mal hier außen rumgehen. Ich weiß, ich bin jetzt selber eigensinnig. Aber jetzt konzentrieren sich halt alle auf diesen einen Punkt da hinten. Ah, doch, die haben ja B eingenommen. Die haben ja B. Aber nicht mehr lange, B. Ja, meine Statistik sieht nicht so gut aus, aber ich habe ein paar Punkte gemacht. Das freut mich. Ähm. Ja. Ich gehe hier außen rum. Ich kenne dieses Geräude noch nicht so richtig. Weiß nicht, wie man da... Ach, das ist ein Panzer, ne? Ja. Sollte man ja einen schnippen. Ne. Ja, ne. Schraubbär. Von wo kam das jetzt? Ich bin in einem sehr gefährlichen Gebiet. So, dann fahr ich jetzt von hinten an die Panzer ran. Ja, steige ein, steige aus. Ist mir egal. Wir haben gerade die Kontrolle im Beeil mit dem Bravo verloren. Äääääääh. Nein. Ducken, ducken. Ich bin Hinterberger. Kann mich nicht sehen. Das wird jetzt ein Katz-und-Maus-Spiel hier. Er ist ausgestiegen. Ja, es war mehr von dem anderen Typen so alles gemacht. Aber cool, war echt cool. Östlich. Ich muss erstmal gucken, wo ich überhaupt bin. Wo ist das? Schnell hinter den Hügel. Der Panzer hat's leider hinter sich. Ja, das dauert halt auch ewig lange so eine Runde. Ich weiß nicht, wie viel meine Festplatte noch aufnimmt. Wir müssen jetzt auch gleich mal zum Ende kommen. Was steht denn hier? Ach, der Jeep steht da. Wir müssen gleich mal zum Ende kommen. Oh, das könnte mein Schuss werden. Ach, schade. Das ist echt, also dieses Battlefield-Film. Da kann Call of Duty einpacken. Das ist einfach nichts. Rampel da… Blablabla… Blablabla… Oberla… Wo ist denn deruihin geflogen?! Dahin, da ist er geflogen...! Aber, da hat einer überlebt! Den muss ich mir holen, den Jungen. Der hat überlebt. Ich werde zumidA….Dafür. Ich werde vom anderen abgeschossen. Nein...! Ah, Scheiße! Der hat mich doch auch … Oh Mann, Fuck! Maxi Messer, ey. Die Namen sind immer geil. Naja gut, ich habe echt nicht viel gerissen in der Runde, muss man mal zugeben. Ich bin da auch noch nicht so. So, steigen wir mal bei dem mit ein. Das ist der von vorhin. Verteidigen. Oh, hier ist ja nichts. Eher müsste man das da hinten antreiben. Ja. So. Leute. Was ist denn? Neuer Auftrag. Ich fahre nicht, wollte ich nur sagen. Ich bin hier nur Beifahrer. Greif das Einsatzziel an, Soldat. Soldat greif das Einsatzziel an. Es gibt sogar Punkte, wenn ich einfach nur da hinballere. Ich habe auch nicht mal was getroffen. Einfach nur hingeschossen. Ich fahre den Panzer nicht, wie gesagt. Oh Mann. Wo noch meiner? Hier ist noch irgendwo wer. Ich habe einen fremdlichen Scharfschutz zum Züglich deiner Position gesichtet. Eines Gesellteils von... Was ist denn hier unten? Habe ich den? Da hinten liegt der doch. Oder da lag er. Ich sehe die. Ich muss auch im Radar mal merken. So, jetzt haben wir es aber. Ne, doch nicht. Da ist schon wieder einer. Südlich seiner Stellung ist ein feindlicher Panzer im Einsatz. Das ist doch echt spannend. Also mir macht das richtig Spaß. Wie geil das aussieht hier. Keine Ahnung von wo das Wasser kommt, aber es kommt. Es regnet ja auch da draußen so viel. Achso, der Fahrer ist weg. Okay, dann nehme ich den Panzer. So, fahre ich doch mal hier hinten hoch? Lass mich da abschießen. Das war richtig episch, wie er da runter gesegelt kommt. Hat mit nichts gerechnet wahrscheinlich. Bam. Achtung. Achso, ist hier irgendwas und irgendwer? Wir haben gerade Einsatzziel Bravo neutralisiert. So. Oh. Ich stehe scheiße. Ich stehe so scheiße. Ich hänge auch fest in dem Kackloch da. Da schießen schon wieder 30 Leute auf mich. Maxim Messer steht schon wieder da hinten bereit und wartet. Ja, okay. Ich finde, wir machen jetzt hier nach Schluss. Einmal werde ich noch ums Leben kommen. Habe ich dann doch noch ein wenig nach oben gearbeitet? Guck mal, ich kann doch nicht mal. Ich kann hier nirgendwo ein... Es war jetzt keine gute Idee hier einzusteigen. Oder doch? Der Feind ist in unser Netzwerk eingedrungen. Systeme verabschieden Sie. Wo ist denn der Panzer von denen? Das ist so wie ich eben, ne? Alle schießen auf den einen Panzer. Na ja, hau ruhig ab. Weg hier! Ich brauch Deckung. Ich brauch Deckung. Gib mir doch mal Deckung, verdammt. So, hier ist Erste Hilfe. Das ist schon mal ein bisschen hilfreich. Muss doch mal einer jetzt diesen scheiß Panzer abschießen. Wir haben einen von uns als HZ markiert. Ja ja, wir haben einen von uns als HZ. Boah, von wo schießen die denn alles? Ach, da brennt's. Ich dachte, das ist ein Fein, wo ein Gegner ist. Ey, Kacke. Der Panzer hat mich getroffen. Unglaublich. Ich kann nicht aufhören. Ich muss jetzt nochmal hier was killen. Irgendwann wird mich halt meine Festplatte dann... Oh, ey, ich komm hier nicht durch. Wir stehen immer auf dem Präsentierteller. Seeku. Wir stehen einfach scheiße da. So, Fahrzeug getroffen. Ey, der muss doch mal kaputt gehen. Guck mal, wie viel Schüsse der schon abbekommen hat. Unglaublich. Endlich. Endlich ist das Ding kaputt. Dahin kommt schon wieder der nächste. Habe ich den getroffen? Oder er nicht? Einen Schuss habe ich noch. 21 Punkte. Jetzt fehlt mir halt die Munition. Ist auch sowieso gleich vorbei. Jetzt sind sie da hinten. Das Ding ist gelaufen. Aber nicht für uns, ne? Du 1, Fein 2. Ja, das scheint zu Ende zu sein. 11. Also wir haben irgendwie wohl gewonnen. Ich weiß nicht warum. Komm her. Ich würde ihn ja reparieren, aber er lässt sich nicht. Egal, wir haben gewonnen. Damit passt das auch zeitlich hier. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Team Deathmatch. Und dann Playstation 4 irgendwann demnächst. In ihrem Kino. Auf ihrem Modern Consumer Kanal. Modern Consumer Kanal. Wie viele Punkte habe ich gemacht? Ich habe richtig Punkte gemacht. Ja. Yeah, 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 yeah. Ja, okay. Bis denn. Es war nicht erfolgreich, aber es war spaßig. Tschau. Tschau. Schau. Tschau.